Viele Menschen haben eine Angststörung, die sich auf ihr Leben auswirkt. Wenige von ihnen sprechen darüber und doch, Angststörungen können für Betroffene und Umfeld sehr belastend sein. Freunde und Familienangehörige können dabei helfen, die Symptome zu lindern und herausfordernde Situationen zu meistern. Nur wie? Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Auch mit guten Absichten lässt sich Schaden anrichten. Doch was, wenn der Wunsch besteht, einem Menschen mit Ängsten zu helfen? Wie lässt sich Betroffenen von Ängsten und Angststörungen wirksam helfen? Hier folgen zwölf Tipps. Achtung! Sicherheitshaber. Dieser Beitrag ersetzt weder eine Psychotherapie bzw. persönliche Beratung noch die Untersuchung oder Diagnose durch abprobierte Mediziner. Die Informationen können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen oder die Eigenmedikation verwendet werden. Zwölf Tipps, um Menschen mit einer Angststörung zu helfen. Wer einen Freund, eine Freundin oder einen anderen nahestehenden oder geliebten Menschen hat, der mit einer Angststörung kämpft, kann für diese eine wertvolle Unterstützung sein. Hilfe kann in verschiedensten Formen kommen. Hier sind Anregungen. 1. Informieren Nahe Bezugspersonen, wie beispielsweise Verwandte und Partner, sind selten auf den Umgang mit Betroffenen von Angststörungen vorbereitet. Wer keinen entsprechenden therapeutischen Hintergrund hat, kann sich informieren. Auch meine Beiträge sind dazu geeignet. Es ist hilfreich, wenn Angehörige und Freunde gut über die Angststörung Bescheid wissen. Dann fällt es ihnen beispielsweise auch leichter, davon Abstand zu halten, die Betroffenen immer wieder übermäßig zu beruhigen. Weil das zwar oft kurzfristig hilft, langfristig jedoch die Ängste aufrechterhält. 2. Angststörungen ernst nehmen Es ist wichtig, Angststörungen ernst zu nehmen, auch wenn es mir unter schwerfällt, die Ängste selbst nachzuvollziehen. Angststörungen sind definiert als irrationale Angstreaktionen. Wer eine Angststörung hat, fürchtet sich übermäßig vor dem Auslöser für diese Angststörung. Selbst wenn jemand die Irrationalität der Angst erkennt, kann er sie nicht angolieren. Werden die Ängste nicht ernst genommen, fühlen sich die Betroffenen ebenfalls nicht ernst genommen und respektiert. Dann belastet das die Beziehung. Unsere Absichten können noch so gut gemeint sein. Eine Angststörung abzutun oder sie als etwas darzustellen, über das Betroffene einfach hinwegkommen sollen, ist nicht hilfreich. Das ist kein Mutmachung. Eine Angststörung kann zu intensiven Symptomen bis hin zu Panikattacken führen und das tägliche Leben eines Menschen erheblich beeinträchtigen. Das wird selbst nicht als Kleinigkeit betrachtet. 3. Zuhören und verstehen Wir können vermutlich nicht ganz nachvollziehen, was ein Mensch mit einer Angststörung erlebt. Doch wir können aufmerksam sein und genug verstehen, um Empathie zu zeigen. Ein guter Ausgangspunkt ist es, sich über Angststörungen zu informieren und darüber, wie sie sich auf jemanden auswirken. Nehmen wir uns Zeit, um zuzuhören und da zu sein. Schon das ist eine große Unterstützung. Gerade für Betroffene, die ihre Ängste lange Zeit versteckt haben, ist es ja wohltuend, sich das von der Seele zu reden. 4. Druck vermeiden Wir mögen es noch so gut meinen, wir mögen helfen wollen. Doch wenn wir Betroffene unter Druck setzen, sich ihre Angststörungen zu stellen oder etwas zu tun, was ihnen unangenehm ist, kann das für sie sehr belastend sein. Es kann auch die Beziehung zerstören. Auf keinem Fall sollte versucht werden, Betroffene zu früh zu etwas zu drängen, womit sie sich nicht wohlfühlen. 5. Fragen, was hilft Manchmal kann es so einfach sein, indem wir fragen, wie wir helfen können. Betroffene kennen vielleicht selbst wirksame Wege, wie wir helfen können, an die wir sonst nicht gedacht hätten. Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse, weiß, was bei einer Angststörung helfen könnte. 6. Negative Gedanken infrage stellen Wenn jemand eine Angststörung hat, kann es einen längeren Prozess erfordern, auch wenn Betroffene bereit sind, etwas zu ändern. Es kann sein, dass es auf dem Weg dorthin Rückschläge gibt. Wir können dabei unterstützen, indem wir helfen, an positive Fortschritte zu erinnern, mitzumachen, weiterzumachen. Helfen wir Betroffene dabei, sich nicht von negativen Gedanken überwärtigen zu lassen, indem wir auf angemessene Weise auf die positiven Aspekte und Chancen hinweisen. Verstärken wir positive Erfahrungen. 7. Wissen, was zu vermeiden ist Wer will schon etwas tun, das dazu führen könnte, dass ängstlich Gedanken oder Symptome noch häufiger oder intensiver werden? Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was besser unterlassen werden sollte. Ein ausführlicher Beitrag widmet sich dem allgemein für Ängste und Angststörungen. Wobei jeder Mensch ist in unterschiedlichen Situationen einzigartig. 8. Ruhe bewahren Das Letzte, was Betroffene mit einer Angststörung brauchen, ist eine andere Person, die ihre Beherrschung verliert oder frustriert ist. So schwer es auch sein mag, arbeiten wir daran, frei von der Situation gelassen zu bleiben. Eine beruhigende Kraft zu sein, kann für jemanden mit einer Angststörung sehr wichtig sein. Ein Ruhepol liefert Orientierung und Sicherheit. 9. Zur Behandlung ermutigen Menschen, die an einer Angststörung leiden, profitieren von professioneller Hilfe. Angststörungen verschwinden nicht von allein, sie wollen behandelt werden. Es kommt allerdings immer wieder vor, dass Betroffene jede professionelle Hilfe ablehnen. Angehörige und Freunde können mit Takt und Überzeugungskraft dazu beitragen, dass ihre Lieben sich für eine Behandlung entscheiden und sie auch durchführen. Wir können Angebote machen. 10. Die Behandlung unterstützen Es hilft, Betroffenen zu versichern, dass sie zwar nicht vollständig nachvollziehen können, weshalb sie so viel Angst haben, dass wir diese Angst jedoch ernst nehmen und dass wir bereit sind, ihnen zu helfen, mit ihrer Angst klarzukommen, sich hier zu stellen und sie aufzulösen. Helfen die Betroffenen dabei, die Strategien, die sie mit ihrem Therapeuten erarbeitet haben, anzuwenden. Für das Wohlbefinden ist es wichtig, dass Angehörige, Freunde und Partner sich selbst nicht zu sehr einschränken. Verzichten wir zum Beispiel nicht auf Aktivitäten, die uns Freude bereiten, nur weil Betroffene sich dann Sorgen machen würden. Setzen wir gegebenenfalls Grenzen und achten wir gut auf uns. Es ist nicht leicht, mit Menschen zu leben, die an einer Angststörung leiden, sich für sie verantwortlich zu fühlen, sie zu unterstützen, ihnen Mut zu machen und das Ganze mit ihnen durchzustehen. Angehörige und Freunde sollten sich dessen bewusst sein, sich selbst keine Vorwürfe machen und sich nicht von Schuldgefühlen überwältigen lassen. Es kommt darauf an, nicht selbst den Mut zu verlieren, sondern immer weiter daran zu glauben, dass es besser werden wird. Bei Bedarf sollten Angehörige und Freunde nicht zögern, für sich Selbsthilfe zu suchen und anzunehmen. Wird die Angsterkrankung von nahestehenden Menschen zu belastend, lohnt es sich, Hilfe bei Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Ärzten und Therapeuten zu holen. Indem wir gut auf uns Acht geben, können wir bessere Unterstützung bieten. 12. Die Kirche im Dorf lassen Selbst diejenigen, die es von Berufs wegen sind, haben ja nicht die Rolle eines Therapeuten und sollten sich auch nicht dazu hinreißen lassen, sie einzunehmen. Es ist in Ordnung, Methoden anzubieten, die sich bei anderen bewährt haben, um die Angstsymptome zu lindern. Es können auch Experten empfohlen werden, nur wichtig, nicht über das Ziel und den Auftrag hinausschießen. Das ist auch wichtig, um eine Beziehung auf Augenhöhe zu pflegen. Und nun? Mögen diese Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was da vor sich geht und das vor allem Mut machen, zu unterstützen. Eigene Erfahrungen, Fragen und überhaupt sind respektvolle Kommentare willkommen. Es hilft, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich Mut zu machen. Carsten Nowak, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen wir wieder auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Passen wir wieder auf uns und jene auf uns und jene auf uns.